Eine sehr tapfere Frau. Aber das wusste ich ja schon. Eine Möglichkeit herauszufinden, ob es sie wirklich gibt. Ich weiß sogar, wo wir einen finden könnten. Geht voran! Geht voran! Geht voran! Geht voran! Geht voran! Geht voran! Was ist das? Ist er denn wirklich tot? Das war vielleicht ein Kampf. Ich danke euch. Wir bringen den Gefährten Ehre. Geht nur. Ich habe noch nie so große Knochen gesehen und möchte sie mir genau einprägen, damit ich die Geschichte richtig erzählen kann. Sonst behauptet Wilkas, ich hätte sie erfunden. Ich habe sie erfunden. Ich habe sie erfunden.